willkommen zurück zu einer neuen folge generation zero diese folge wird wahrscheinlich ein mission rundown weil wir haben vier missionen die wir theoretisch in dieser mission folge machen können und dann würde ich sagen klappen wir die einfach mal ab hier ist eine dann könnten wir hier zum unterschopf zurück dann können wir hier die ganzen mission noch anledigen hätten wir vier missionen in einer folge let's go moment mal muss man nur löffeln denn du noch das unterstopf freigeschaltet mein joghurt muss die neue löffel dafür mal ein johr wir müssen jetzt aus diesem bunker wieder raus aber hier waren wir noch nicht das ist nicht der ausgang also ich hätte jetzt gerne noch einen langen ladebildschirm wenn ich mein johr aufwenden kann wozu habe ich denn extra die gta ladebildschirm deluxe edition von generation zero gekauft wenn ich keine ladebildschirme kriege dann muss ich auch noch installieren ja da ich mir auch gerade so mache ich nicht habe keinen bock jetzt so viel zu looten ja habe ich auch keinen bock drauf bin ich ehrlich meine hey lass mal looten farb ja ein hitter gerne das zeug so krasse battle mucke seitdem ich mir einen joghurt geholt habe okay warte mal jetzt zeige ich es da ist ein roboter vor dir vorsicht er rennt weg er hat deinen joghurt gesehen das noch einer unter der gleiche alter der macht aber dmg darf der nicht so etwas müssen jetzt zu einer eins höh hier snipet jemand also das war die andere tür vor allem bei der seiten eingegangen alles klar oder auch weggeschoben wenn die folge überlänge bekommt ist es felix schuld überlänge ist mein spezialgebiet ja du brauchst doch mal übel zu lang zum nachdenken ja wenn du es eliminierten wahrscheinlich wird in der lebensmittelvergiftung und einfach wäre angegriffen oder nicht ich bin fast level 23 habe ich mir nicht noch einen jungen ich habe mir der lebensmittelvergiftung letzte woche war echt scheiße im wahrsten Sinne des wortes das ist eine neue ausbildung als krassen du bist immer einen tag krank ja weniger ist oh lol da müssen wir richtig viel die luft sprengen ich bin schon nur einmal am tag wahrscheinlich oder vielleicht einmal oh lol ich sehe es bergrom björn bergrom björn zwei waffen gibt es hier was hat Rom jetzt damit zu tun warum hier ist ein schlachtfeld hier ist doch noch irgendwo einer ja in dem ding ist dron ok hier ist eine mission ja das deswegen sind wir ja hier hier ist eine so auf sie zu essen es ist weg unbekannte flugobjekte die haben wir da schon gemacht oder nicht nein ein unbekannte flugobjekte war jetzt neu ja aber wir waren schon im gebiet lila kann mich noch an den namen der stadt erinnern da waren wir schon gebiet lila äh der bezirk doch was auch immer also dann machen wir doch mal die äh ist die brennstoffzellen schon kaputt gemacht nö na gut dann machen wir sie kaputt warte mal ganz kurz jetzt ist übelst viel munition für dich trotzdem können wir die doch kaputt machen ne 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 hab ich jetzt keine lust der düsterin hat doch irgendeine karte in der hand aber die ist von mir despawned komm mal kurz mit moment hier stehst du also absichtlich einfach nur rum hä die mission ist bei mir einfach verschwunden bei mir ist hier auch einige verschwunden gerade deswegen guck mal ob es hier die der zettel hier von dem weggebackt ist also bei mir ist der weggebackt hier ist doch nochmal ein rucksack da ist ein zettel neben ihm ok dann gönn dir den mal versuch's inventar voll das ist ne granate und kein zettel ja dann war es bei dem hier also irgendwo war ein weißes stück papier hat der hier ein weißes stück papier neben sich ja ne das ist ne granate man auf der von ihm aus linken seite nö bei mir nicht bei mir hatte er nämlich was ist weggecheckt ich wollte sie nämlich lassen kaum lässt man es mal allein geht hier alles kaputt jetzt ist die mission noch weg oder wie ja also wir haben die mission geschafft verpackt na gut dann machen wir jetzt die nächste mission also wenn die brennstoffzellen sind können wir die mal kaputt machen hast du hier was kaputt gemacht ich hab ja gar nichts kaputt gemacht weil dann hat der typ mit dem sniper den dicken hier die ganze zeit angeschossen der ist explodiert hat einfach alles mitgerissen wahrscheinlich ja dann so easy ist die mission ne man muss nicht mal was machen jo die sind alle weg der ist alle weg die liegen hier doch noch ja aber die sind halt zerstört ne die liegen da noch ich schieße ja mal gegen so ja ok die sind halt schon weggemacht interessant ja dann würden die roboter einem die Arbeit abnehmen gut dann ab zur stadt Speed Riser jo na ist klar Speed Riser oder so Zuck Eis mit Speed gemischt Ja. Was? Ah, da sind wir ja. Hallo, Fabian. Jetzt sind wir die Werix. Und wo ist jetzt Lila gewesen? Und du schaffst das übrigens immer noch nicht mit ganzem Modell reden, glaube ich. Hast du das heute schon wieder vergessen? Wo ist die Lila? Das war denn Lila? Das war doch Lila, oder nicht? Das war eine Stadt? Hä, ich will die Lila. Ah, doch. Warte, das ist jetzt bald das Wahl geworden. Aus Lila wurde bald das Wahl. Wo ist bald das Wahl, Alter? Runden da, ganz unten. Brücke rechts. Ja, Lila war auch noch woanders. Ne, Lila war genau da. Ne, ne. Doch. Dann sind wir nicht rundhernd von Lila aus zu Nö, Hamnen. Alter, das ist nicht mehr trotzdem. Unbekanntes Flugzeug. Ja, genau, aber... Was? Wo ist... Weil bald das Wahl. Ne, Lila war, glaube ich, woanders, oder? Ah, da hinten ist auch noch was. Die Gasfabrik, genau. Und dann haben wir hier noch eine Antenne. Guck, dass wir mal die Antenne wegmachen hier. So, wenn ich das verfolgen sag... Komm mal mit. Ach so, Lila ist deswegen verschwunden, weil wir jetzt das Wohngebiet erst suchen müssen. Hä? Alles klar. Ähm, aber egal. Wir machen jetzt die Mission da irgendwie angewendet. Also ich mach jetzt immer hier diese scheiß Antenne weg, die von Anfang an da uns irgendwie abfuckt. Wo ist die denn jetzt? Hier irgendwo in der City. Hast die? Ne. Alter, hier kommt ein richtig dicker. Also ein richtig dicker. Ja, stimmt. Hier soll wirklich eine sein, irgendwie. Hier soll wirklich eine sein, irgendwie. Ah! Oh! Da ist ja noch einer! Ah, hier hat sich einfach drüber gezogen. Warte jetzt nicht. Ist hier die Antenne drin? Bunkern Sie eine Antenne bei sich zu Hause. Rücken Sie sie raus. Hallo? Ne, hier ist keine Antenne. Au, aber noch Schach. Ich verstecke ein Schach bei sich. Ist ein richtig dicker Fabian. Ein richtig dicker Klops. Ja. Wie Damage einfach diese scheiß Ticks machen. So, aber dann gehen wir hier. Fabian, vor der steht ein richtig dicker. Ja? Aber der kann mich nicht anschießen. Doch! Ja. Ich verstehe genau so, dass er mich nicht anschießen kann. Ja. Ja. Das klaren alle, das ist doch wirklich schwanger. Da ist ja eine Waffenmelbe voll. Oder? Na nochmal. Ähm. Der hat Gift-Cars. Keine Böller mehr, ne? Und der kann ähm... Tick spawnen. Da kommt noch einer von hinten. Da sind noch eine Revisionen übrig. Oh Gott. Oh Gott. Wie ist das? Warum ist der nicht in einer Kühlschutz gespawnt? Ähm bist du? Nein bin ich nicht. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass wir jetzt keine Aktion klappen. Da war eine Revisionen übrig. Alter, wieviel Ticks! Wie rückt der denn endlich mal? Der hat doch nix mehr. Danke. Ohohohoho. Hier ist ne Sammelgegenstand übrigens noch. Mich hat's gerade zerfetzt. War das noch n Ticks? Das sind Milliarden Ticks, da spawnen die da. Merk schon. Da verfützt sich jetzt einfach auf mich. Nein, Wasser! Ne, Freundchen, du bleibst hier. Wo bist du gespawnt? Bei der Kirche? Bei der Kirche, ja. Hier gibt's sogar noch ne Mission, ne Markpacken. Achso, das war ja genau das, was da... Was ja die Sache war, ob wir jetzt schon losgehen oder noch ne Mission suchen. Boah, ich komm gleich wieder, schon fliegende Raketen. Ja, du hast doch Raketenwerfer in der Hand. Ne, nur hab ich nicht geschossen. Alter. Die ganze Nachbarschaft jetzt zerlegen, wenn wir uns jetzt mal vorbeigem geworden sind. Auah, auah. Er darf... Er hat die Erlaubnis zu sterben. Oh, Roboter mit der Erlaubnis zu sterben. Er hat jetzt nur seinen Raketenwerfer. Ist ja schön. Bitte. Und das. Oh, der hatte 5er Automatgewehr 4. Brauchst du das Ding? 5er Automatgewehr 4? Was? Automatgewehr 4, Stufe 5. Nein. Okay. Stimmt, du hast das Panzerwerdensgewehr. Ich habe aber noch Muni für dich. Daub ich hier einfach mal. Ablegen. So lange brauche ich wieder Schrotblindenmonitionen. Wir sind hier. Da. Wo bist du? Wo hast du abgelegt? Dahinter mir. Da, der Rucksack. Ich guck kurz noch bei den anderen Fetten nach. Ja, die würde ich noch nicht. Du brauchst einen Schalldämpfer für Flinten Stufe 5. So. Nee. Kann ich glaube ich keine. Die ist keine Flinte. Ich nehme ich trotzdem mal. Kannst du gucken. Ja. Bin hinter dir. Da unten, da wo du mir getroppt hast, da liegt es nochmal hoch. Ablegen. Ablegen. Hat sich nichts mehr für dich? Ne. Kann ich dich benutzen. Hast du es gefunden? Mhm. Wo ist meine Maus? Ich habe 35 Vollmantel für dich. Nice. Guck dir, ähm. Wie können wir deinen Namen schützen, so nach unten wandern? Oh. Du hast hinten aus der Tür rausgehört. Oh. Bist du auch tot? Nein. Ich hätte mir nie einen Fall. Hier liegt was für dich. Ja, Mann. Moment. Guck mich an, Fabian. Warte, warte. Nein, nein, nein. Das ist es nicht. Waren wir es? Waren wir es? Waren wir es? Ne. 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 Ne, ist nicht nur Mützen, ne? Wo ist meine krasse Locke hin? Ne, ein krasser Locke? Meine krasse Locke ist weg. Kann ich hier vielleicht? Ist es doch hier irgendwie? Ne, hier ist es nicht. Ne, hä? Ne, dann bleib ich dabei. Ich will meine Haare haben. Hab ich die nicht eingesammelt? So. So. Hä, wait. Mach nochmal ein Vollmodel für dich. Ja, das ist... Suche das Wohngebiet Lila für unbekannte Flugobjekte. Wo ist die Mission für unbekannte Flugobjekte? In Baldasswal. Lila ist zu Baldasswal geworden. Ich sag's doch. Ich hab's bewiesen. Ich hab's bewiesen. Wir haben gerade wahrscheinlich ein Patch. Ei. Oh, ich auch. Du bist grad vor mir gespawnt. Ich bin gegen dich gesprungen. Ei, 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 ei. Das sagen alle hier. Du, auf nach Baldasswal. Baldassgate? ich habe die erzählte gefunden die die wir nicht finden guck mal bei 1 da wo ich markiert habe jetzt das hier ist auch mal der map aufgeploppt warum machen wir nicht kaputt ja ich habe ja gesucht hat er nicht gefunden da habe ich vergessen okay dann machen wir jetzt bei die antenne hatte ich schon auf der karte deswegen bin ich ja hingelatscht beziehungsweise wir kommen eigentlich erst hier vorbei welche mission war ja keine ausdauer anzeige das fabrik meinst du das fabrik genau der machen ist die mission welche die gas fabrik genau die gefahr gut heißt die ich folgte einfach hab die nicht auf der karte markiert bekommen wir kommen da eben vorbei wenn wir nach nila oder sind noch weil das wahl wollen ich habe nur das rückwärts keine ahnung warum nicht ich fühle mich ein bisschen beobachtet dadurch ich fühle mich nicht beobachtet jetzt geht's wieder ok war nur so ein kleines kribbeln in der unterlippe ich weiß kaum sehen wir aber sie ist mit uns fabian ich habe sie gerade fliegen gesehen ich fliege überall ich habe überall irgendwelche stiche bekommen am kinn also unten unter dem kinn zwischen kinn und hals da irgendwie so denn auf der brust und auf der rechten schulter irgendwas zerbeißt mich die ganze zeit wenn ich schlafe ich schlafe ich fühle mich selber du hast gerade gut mitgemacht also ist das die lagerhalle von denen alle reden nein die eigentlich kenne ich das ist die absturzlagerhalle wo es zuerst einmal abgestürzt ist hier sind wir ganz viel hohexklusive ist das die lagerhalle von denen alle reden scheinbar nicht denn wahrscheinlich diese lagerhalle kennst du bei so kriegsfilmen wenn da so leute irgendwie keine ahnung so patronen hülsen auf dem boden finden hier muss gekämpft worden sein für uns wäre das einfach so hier haben wir ein paar spacken irgendwie einen gastank in die luft ja das scheint ja auch nicht zu sein hier ist aber so die ist das übel viel dreck die auch welche lagerhalle soll es denn sein die eine hier ist irgendwie schon wieder was verbuggt weil hier wir müssen erst die andere mission machen da vor uns wir müssen erst die mission da machen also ich hab die antenne gefunden wir müssen noch eine antenne also du bist eine andere antenne oder ne das war genau die ne war es überhaupt nicht doch im Norden haben wir auch noch eine ja ne nicht die die hier war die war das nicht die 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 hier war jetzt jetzt ist es nach dingens und das machen wir irgendwie will merkt das spiel nicht dass wir eigentlich erst die andere mission machen wollen jetzt machen wir jetzt hier lang laufen mal kurz hier stecken mal kurz hier stecken wir gerade huuuuuh huah ich weiß nicht ich werde gerade auch hier müde weil ich meinen hirn nicht benutzen kann also ich kann schon aber ich muss die gerade halt nicht ich kann mir meinen hirn nicht benutzen das ist doch jeder der herr auch alles weg was ich finde und du machst das schon mit der quatsch weil ich habe die eh nicht angegeben jetzt suche eine tafel mit einem stadtplan das viertel ist jetzt dürfen wir nochmal hier ja jetzt wird die bier lila angegeben alles bald das wahl eigentlich also steht da immer noch bald das wahl so wir waren hier doch schon mal und haben alles durchgekämpft wo war ja kack stadtplan ich habe ihn gefunden oder hier sind briefe ich habe die neue mission war das austausch des studenten suche im haus nach spuren von überleben oder zurückgelassen material aber welchen leben hier hallo überlebende zurückgelassen material melden sie sich schwiegersohn gesucht hallo da hast du schon oben ja da ist gar nicht älter erst raus dann rein fabian ich sehe doch hier alles los ich gehe jetzt in das haus wo diese komische anzeige war dass wir da rein sollen schwarzen 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 aber leider ist die anzeige verschwinden als ich mich dem genähert habe schwarzen 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 perligen ferienanlage hier hier ist aber auch nichts eigentlich ist sie auch gar nicht im haus sie ist einfach eine tafel da ist sie doch da ist die tafel vor allen dingen wurde ich schon wieder getroffen obwohl ich fünf kilometer davon entfernt stand schlage fettrick blumms adresse im telefonbuch nachholen jetzt muss ich da im telefonbuch nachgucken schießt mir alle auf felix ich will das telefonbuch looten habe ich ich gehe jetzt schnell ins haus da hinten müssen wir jetzt hin hier hier wo 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 ah ja ich habe nachgeguckt wo die adresse ist deswegen weiß ich das jetzt suche alle verbleibenden missionen informationen die tür zu jungen falsch darauf geh weiter geht doch weiter das war anders leider nicht weil das war eine andere mission so anscheinend denke ich würde die zeit ist ja nun fake was sie hier mit alien zu meinten jetzt haben wir zwei missionen gleichzeitig am laufen verdammt es ist ja ingrid krank ist haus finden steht das bei dir oben ja nicht das ist so dumm ich habe keine ahnung was wir machen sich einfach hinterher und baller alles weg ja aber wir müssen erst zu ingrid krank ist haus ja ich weiß wo das ist ja da hinten seien straße links pumpen 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 das wäre nicht ein fitnessstudio und pumpen du sollst mir folgen so liegt gerade auf einer bank und drücke gerade ein paar gewicht so das soll angeblich ingrids haus sein ingrid mach auf hier ist die tür aber das lassen wir wieder mit der jetzt haben wir nach hinweisen ach so ja toll hier waren wir doch schon der fernseite erneuert genau wie der schachbrett hexenwerk hexenswerke hier ist die es wo ist das so sie will irgendwie dass so ein typ vorbeikommt weil sie aufmerksamkeit haben möchte ja ein hinweis die blumenpflanze der tagebuch die maschine auf der buch von überräumen konnten die nahe geringen strand gekommen sein falsche mission ich habe sie habe es jetzt erfüllt ja abgeschlossen hey ich will aber wissen was das jetzt war wie hieß die mission in gott stolz unbekannte flugobjekte da verscheidt er wieder da im telefonen sind seit freigemgrund aufgeführt ich bin verwirrt neue missionen bekommen ich weiß nicht was hier passiert hä 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 austauschstudent perzvögen 1 wo ist jetzt perzvögen 1 ich habe keine ahnung ich finde so leute die aufmerksamkeit auch immer richtig moment hier steht perzvögen 1 schon mal dran habe ja was müssen wir machen ich weiß es nicht wo sind jetzt perzvögen 1 austauschstudent haus eine outdoor ausrüstung und vielleicht sogar ein gewehr zu finden sein seine adresse ist perzvögen 1 ein kurzes stück nördlich von öster wieg was es ist okay wir brauchen brauchen wir nicht weil wir brauchen kein gewehr mehr aber wir wollen die missionen auffüllen das ist öster wieg von öster wieg ist mark backen und kürke wir müssen jetzt da die eine halle noch machen ja da sollen wir nur eine die gefahrgut war das erkunden die lagerhalle begibt sich nach und wir haben in dem neuen hafmann ist wirklich erkunden die lagerhalle das will ich machen hier wird ja leider auch kein angegeben wir müssen erstmal wahrscheinlich der lässt uns die aktuell noch nicht machen wir müssen erst die gasfabrik machen wir machen jetzt schluss mit der folge es wird sonst alles viel zu lang in der schönen reihenfolge können wir es leider eh nicht machen und wir kriegen ja dauernd so viel noch dazu dann machen wir die rest einfach in den nächsten folgen also dann ist st k wo Bis zum nächsten Mal.